Im eigenen Land zu fahren ist natürlich für mich immer was ganz Besonderes. Deshalb freue ich mich sehr auf den DHL Berlin E-Prix am 23. Mai. Es wird wirklich ein cooles Event. Ich bin sehr gespannt auf die Strecke, auf das ganze Feeling vor Ort, auch auf die Musik von Felix Jenen. Also hoffe ich, dass wir uns alle vor Ort sehen und viel Spaß zusammen haben. Vielen Dank.